Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Lightroom Tutorial. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es mal um dieses Landschaftsbild. Wir wollen aus einem langweiligen Foto was ganz Besonderes zaubern, nämlich das hier. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt in dem folgenden Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Dieses Foto habe ich in der Sächsischen Schweiz aufgenommen. Ich bin dafür so gute anderthalb Stunden den Berg raufgelaufen, um den Sonnenuntergang dann zu fotografieren. Hat zum Glück funktioniert. Ein paar wenig Wolken am Himmel, aber ansonsten ist es dann doch ganz gut gelungen. Aber irgendwie sieht dieses Foto, wenn man so straight in die Sonne fotografiert, doch relativ langweilig aus. Und ich möchte dir heute mal zeigen, wie man aus einem relativ langweiligen Foto doch etwas richtig Geiles noch zaubern kann. Also fangen wir direkt mal an mit meinem Workflow. Ich bin hier in Lightroom drin im Entwickeln-Modul und ich werde als erstes mal die Tiefen aufhellen, denn die sind doch relativ dunkel hier. Dementsprechend ziehe ich die dann doch relativ hoch auf so plus 85. Jetzt hat man doch wieder eine ganze Menge Details hier drin. Genauso werde ich die Lichter ein bisschen abdunkeln, damit ich den Himmel hier ein bisschen angleichen kann. Ich denke mal so minus 74, minus 75 ist dann doch schon ganz cool. Dann werde ich die Alt-Taste gedrückt halten und meinen Weiß- und meinen Schwarzpunkt setzen. Ungefähr, dass das Histogramm auch wirklich von links bis rechts komplett ausgefüllt ist. Ich denke mal hier den Schwarzpunkt muss man nicht ganz so weit setzen. So sieht das Ganze schon ganz gut aus. Ein bisschen Kontrast gebe ich insgesamt noch mit dazu. Dadurch werden auf beiden Seiten auch nochmal die Ränder etwas verstärkt. So, dann kümmere ich mich als nächstes mal um den Weißabgleich, denn der ist hier dann doch noch ein bisschen daneben gegangen. Wenn man Sonnenuntergänge fotografiert, dann kann man ruhig mit der Temperatur deutlich weiter nach oben gehen. Ich denke mal, ich werde das Ganze hier so auf 8200, kann man das Ganze schon hochstellen. Das sieht jetzt schon sehr, sehr gelblich aus, aber ich mag diesen Stil. Gerade bei Sonnenuntergängen kann man das schon mal machen. Genauso werde ich hier ein bisschen Magenta noch mit reingeben, um das Ganze so ein bisschen anzugleichen. Gefällt mir so schon sehr, sehr gut. Dann ist mir der Himmel immer noch ein bisschen zu hell und dementsprechend werde ich hier einen Verlaufsfilter benutzen. Das Ganze werde ich hier mit gedrückter Alt-Taste erstmal wieder zurücksetzen, damit alle Regler hier auf 0 stehen. Und dann werde ich die Belichtung hier etwas runterziehen, ja so auf minus 0,6. Gefällt mir ganz gut. Mit gedrückter Shift-Taste werde ich dann hier einen Verlauf nach unten ziehen. Die Shift-Taste deswegen, damit dieser Verlauf auch komplett gerade ist, genauso wie der Horizont. Jetzt ist der Himmel schon ein bisschen dunkler, gefällt mir schon wesentlich besser. Ich werde vielleicht sogar noch ein Stück weiter hier runter gehen, mal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Ja, ich denke mal so, man kann schon fast eine komplette Blendenstufe machen, das ist kein Problem. Super, ich drücke hier auf Fertig. Dann verschwindet dieser Modus hier wieder und ich bin wieder hier im normalen Grundeinstellungsmodul. Ein klein bisschen Dynamik gebe ich noch mit rein, um das Ganze farblich noch ein bisschen anzupassen. Ja, sieht super aus. Ein bisschen Klarheit, aber wirklich nur ein ganz bisschen geben wir auch noch mit rein. Und ich denke mal, in der Grundeinstellungspalette war es das erste Mal. Deswegen gehe ich hier wieder raus und werde dann als nächstes mal in die Details-Palette gehen. Hier werde ich mein Foto schärfen. Wenn ich die Alt-Taste drücke und dann den Betrag hochziehe, dann wird dieses Bild übrigens in schwarz-weiß angezeigt, temporär. Und dadurch kann ich die Schärfe noch ein bisschen besser beurteilen. Ich setze hier meinen Standardwert von 80 wieder, dann wieder mit gedrückter Alt-Taste werde ich das Ganze maskieren, sodass ich tatsächlich den Himmel zum Beispiel nicht schärfe, sondern wirklich nur die Kanten da, wo es notwendig ist. Dann sehe ich hier oben habe ich einen dicken, fetten Sensor-Fleck. Ja, meine Kamera war länger nicht in der Reinigung, wobei das Bild jetzt auch schon ein, zwei Jahre alt ist. Von daher inzwischen habe ich das dann doch schon nochmal gemacht. Du kannst jetzt hier übrigens auch dir die Bereiche anzeigen lassen und dementsprechend hier mal durch das Bild durchgehen und dann diese Sensor-Flecken finden. Wenn ich jetzt hier nochmal rauszoome und das Ganze jetzt hier nochmal in der Vollansicht aktiviere, dann siehst du vielleicht besser, was ich meine. Dann sieht man hier einfach noch so ein paar kleine Flecken, die man direkt beheben kann. Ich kann hier auch das Ganze noch ein bisschen verändern in der Anzeige, sodass ein bisschen mehr Details angezeigt werden. Und dann sehe ich zum Beispiel, dass das hier definitiv noch ein Sensor-Fleck ist, der behoben werden kann. Genauso hier oben haben wir auch noch einen, die kann ich alle hier noch schön entfernen. Wenn ich fertig bin, dann drücke ich auch auf Fertig und dann sollte das Ganze hier behoben sein. Hier habe ich noch ein bisschen was vergessen. Das kann man hier dann nochmal beheben und entsprechend bereinigen. Ja, gefällt mir so schon ganz gut. Wobei, den ziehe ich mal hier nach unten und genauso werde ich den mal hier hinziehen. Dann ist das Ganze wesentlich cleaner. Genauso hier noch einen. Perfekt. Und dann haben wir ein schönes Ergebnis. Übrigens, wenn du diese Datei zum Mitarbeiten haben möchtest, dann solltest du dich unbedingt in meinen Newsletter anmelden. Da gibt es immer wieder RAW-Dateien zum Mitarbeiten, die ich dir dann kostenlos zusende, immer vor den jeweiligen Tutorials. Wenn sie rauskommen, wird eine E-Mail an dich versendet mit einem entsprechenden Download-Link. Ich arbeite im Moment daran an einer Plattform, damit auch die RAW-Dateien, die zuletzt schon in den letzten Tutorials da waren, auch für alle zugänglich gemacht werden können. Das ist allerdings noch nicht ganz fertig und dementsprechend dauert das noch ein bisschen, aber du wirst auch in Zukunft dann alle RAW-Dateien von mir erhalten. So, jetzt aber erstmal genug Werbung gemacht. Jetzt geht es hier weiter. Ich werde jetzt als nächstes die Objektivkorrekturen hier reingehen, die Profilkorrekturen aktivieren, chromatische Aberrationen entfernen. Durch die Profilkorrekturen sind hier die Ränder nochmal ein bisschen aufgehellt worden. Das ist aber kein Problem, das kann ich hier wieder gegensteuern, indem ich hier die kleine Vignette wieder zurückbastle, denn ich möchte die Ränder so ein bisschen abgedunkelt haben, um hier den Blick vom Zuschauer oder vom Betrachter des Bildes so ein bisschen zu leiten. Dann werde ich hier unten noch in die Kamerakalibrierung gehen und hier mal Camera Landscape ausprobieren. Das ist einfach eine andere Methode, wie die RAW-Datei interpretiert wird. Und hier haben wir dann deutlich mehr Kontrast im Bild, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also das lasse ich hier mal bei Camera Landscape. Und dann werde ich als nächstes mal noch in die Teiltonung gehen und hier entsprechend das Ganze noch ein bisschen einfärben. Ich werde jetzt hier, wenn man die Alt-Taste drückt, dann kann man übrigens in der 100% Ansicht, in der 100%igen Sättigung jeweils sehen, in welche Richtung das Bild eingefärbt wird. Ich möchte jetzt hier mal meine Lichter noch so ein ganz bisschen ins Rötliche einfärben. Das heißt, ich lasse hier den Farbton direkt bei dem Rot und drehe nur die Sättigung ein bisschen hoch. Und meine Schatten möchte ich ebenfalls noch ein bisschen einfärben, allerdings mehr in so ein Orange. Und dann hier auch ein bisschen die Sättigung noch rein. Dementsprechend haben wir jetzt schon ein sehr, sehr cooles Ergebnis. Was mir jetzt allerdings noch so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen die Tiefe im Bild. Und die möchte ich erreichen, indem ich hier noch so ein bisschen mehr von diesem Nebel mit einbauen möchte, der hier schon so ansatzweise im Hintergrund zu sehen ist. Aber Lightroom bietet ja sehr, sehr coole Möglichkeiten, wie man das noch machen kann. Und dafür aktiviere ich hier mal das Pinselwerkzeug. Mit gedrückter Alt-Taste werde ich das Ganze jetzt hier wieder zurücksetzen. Und jetzt als nächstes mal diesen Dunst-Entfernen-Regler hier benutzen. Den gibt es erst in der Lightroom CC-Version. Ich glaube, Lightroom 6 hat den noch nicht drin. Wobei es da auch Möglichkeiten geben soll, habe ich gelesen, wie man diese Funktion nachrüsten kann. Da müsstet ihr euch dann aber nochmal über Google informieren. Wenn ihr diesen Regler habt, dann könnt ihr ihn jetzt nutzen und zwar in umgekehrter Richtung. Das heißt, ich möchte jetzt keinen Dunst entfernen, sondern ich möchte Dunst hinzufügen. Und das mache ich, indem ich hier einfach mal ins Negative gehe. Und dann außerdem mein Fluss und meine Dichter hier so knapp unter 50 Stelle automatisch maskieren, sollte auch deaktiviert sein. Und dann kann ich jetzt hier einfach mal anfangen, so ganz, ganz langsam hier entsprechend noch ein bisschen Nebel aufzubauen. Du siehst schon, dass hier auch in dem Vordergrund, hier können wir ruhig auch ein bisschen Nebel noch vor die Berge setzen. Und entsprechend, dadurch, dass ich das relativ langsam jetzt aufbaue, habe ich auch sehr, sehr gute Kontrolle darüber, wie viel Nebel am Ende dann wirklich da sein soll. Aber durch diesen Nebel wird das ganze Bild noch so ein bisschen dreidimensionaler und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich erzeuge hier einfach noch ein bisschen mehr Tiefe. Ich kann jetzt hier meinen Pinsel auch in der Größe noch verändern, indem ich entweder hier reingehe oder meine Maus dazu benutze, indem ich nach oben oder nach unten mit zwei Tasten hier das Ganze mache. Oder zumindest geht das hier am Mac so. Ich weiß nicht genau, ob das am Windows-Rechner auch so gut funktioniert. Das müsstet ihr mal ausprobieren. Ansonsten, wie gesagt, hier über den Größenregler einfach mal machen und dann kann ich hier sehr, sehr schön Tiefe ins Bild malen. Das Ganze werde ich hier vorne noch ein bisschen machen. Ja, hier kann man auch noch ein klein bisschen Nebel mit reinbauen und so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Ich kann jetzt hier mal einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Ich kann jetzt hier diesen Pinsel ausblenden, indem ich hier einfach auf diesen kleinen Button hier unten klicke. Und so sieht das Ganze mit den Pinselstrichen aus. So, ohne. Und da hat das Bild dann doch nochmal deutlich gewonnen. Ja, hier unten kann man auch noch so ein bisschen mit reinmalen. Nicht zu viel, aber so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Und perfekt. Wenn ich fertig bin, dann drücke ich auch hier wieder auf Fertig. Jetzt fällt mir noch auf, dass ich hier so einen kleinen Lens-Flair habe, der mich noch ziemlich doll stört. Und deswegen werde ich ihn hier einfach mal entfernen, indem ich hier den Bereichs-Reparatur-Pinsel nochmal auswähle und dann entsprechend hier einfach mal einen Klick drauf mache. Dann wird Lightroom automatisch das Ganze rausnehmen durch einen Kopiervorgang. So ein bisschen errechnen, wo ähnliche Strukturen vorhanden sind. Und das hat hier in dem Fall sehr, sehr gut funktioniert. Und entsprechend gut sieht das Ganze jetzt aus. Die Vignette kann vielleicht sogar noch ein kleines bisschen stärker sein. Ich werde jetzt das Ganze hier mal auf minus 25 setzen oder sogar minus 27. Gefällt mir so ganz gut. Und so kann ich mir das Bild schon sehr, sehr gut vorstellen an einer Wand. Ich mache jetzt hier nochmal den Vorher-Nachher vergleicht. So sah das Bild vor unserer Bearbeitung aus und so danach. Also ein ordentlicher Wandel des Bildes. Und ich denke mal, wir haben damit eine ganze Menge gewonnen. Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du sie natürlich gerne unten in die Kommentare posten. Ich freue mich da immer, wenn wir ein bisschen diskutieren können. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere auf jeden Fall den Kanal. Und schau wie gesagt auch mal bei meinem Newsletter vorbei, wenn du da noch nicht angemeldet bist. Immer mal wieder kommen da freie RAW-Dateien rein. Wenn ich die Freigabe dazu habe, dann sende ich die auf jeden Fall immer mit zum Mitarbeiten. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Bearbeiten und beim Fotografieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß. Ciao.